Hallo, der Lars hier. Willkommen zurück bei Star Revenge. Wir machen jetzt weiter mit Kurs 6. Oder wir machen Kurs 6 weiter, weil wir hier noch nicht fertig waren. Sandy Sand Desert Canyon. Metal on the Burning Sand. MC. Nein, das ist kein Rapper. Das steht für Metallkappe. Mensch, bist du witzig. Ja. Na gut, wo waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht bei der Kanone. Haben wir geöffnet? Könnten wir jetzt machen, machen wir aber nicht. Wo waren wir auch noch nicht? Nicht, nicht, nicht. Wir waren hinten noch nicht. Da hinten Burg. Da haben wir ein Flugbrett. Da war das Wasser, was gefehlt hat, was geklaut wurde. Das Flugbrett. Das würde dann hier drunter fahren. Ja, mit lauter Sparkies. Und dann da hin. Alles klar. Will. Fly Guy. Und überall gibt es irgendwelche Bro-Loots. Okay, da ist die Metallkiste. So, siehst du die Stellen unterm Licht? Der Sand dort wurde durch die Sonne so stark aufgeheizt, dass er dich wie Lava verbrennt. Ich hatte diese Idee bereits für einen Stern in Redan 2.0. Doch aus der wurde nie was. Also begnüge dich mit dem Lava-Treib-Sand. Das heißt Treibschnee. Klingt so weit nach einer netten Idee, wirkt nur sehr, sehr unspektakulär. Besonders mit der Treibsand-Textur, die mal halt wirklich hässlich ist. Hässlich, matschig und das sieht auch nicht sehr anspruchsvoll aus. Da habe ich schon weitaus Schlimmeres hinter mir. Ich erinnere mich zurück an Super Mario 74 EE. Der grüne Scheiterpalast. Das war eine Quälerei. Oder die hängenden Lavasäulen aus Night of Doom. Pause-Level. Und das war absurd einfach. Absurd! Na, wenigstens ging es schnell. Schaffen wir vielleicht noch den Kurs 7 in ein Stück. Navigating over the endless pit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Brett ist. Könnte jetzt die Kanone sein. Kommt drauf an, ob da ein endless pit ist. Ah! Mist. Du hast dich weit genug gehechtet. Ja, das sieht doch nach Endless pit aus. Kanone. Wir schießen uns halt von Kanone zu Kanone. Letztendlich, wie es aussieht. Dann werde ich mal auf Safe States verzichten. Weil das würde den Sternglaub ins Absurdum führen. So, goldene Regel. Da, wo der Verlauf ist, unten, da trifft man so ungefähr. So ungefähr. Ein bisschen hoch. Aber perfekt in die nächste Kanone gefallen. Juhu. Dö, dö, dö. Äh. Ach, schade. Hättest du auch gleich wieder an die nächste Kanone. Würde es hier alles viel schneller gehen. Aber das dürfte hier alles nicht schwer sein. Wenn alle Plattformen so einfach nur grüne Plattformen sind, dann fällst du da runter, nimmst keinen Schaden. Und, Jut, ist hauptsache du triffst hier die Ziele. Ansonsten bist du sicher. Och, Menno. Bäh. Na, ein Glück gibt's da halt. Den Balken. War jetzt auch nicht schwer. Ja, ja, ja. Navigating over the endless pit. Dann bleibt noch ein Stern. Dann haben wir Kurs 6 durch. Secrets Path of the Spinning Stones. Spinnende Steine. Die spinnen die Steine. Die drehen sich natürlich. Was für Spinning Stones sind das? Sind das die komischen Walzen? Was mal auch wieder cool wäre, wären diese Würfel. Hier aus Original 64. Da gab's ja diese hohen Würfel. Im Wüsten Level. Äh, wo will ich hin? Ach ja. Zum Brett. Kann ich einfach runter? Bist du mal drei Köpfe kleiner? Lass mir in Ruhe. Bäh. Ja, komische Sparkies. Könnt mich mal. Warum muss jetzt so ein Typ... Meino. Bäh. Bäh. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich. Lass mich. Scheiß Dinger. Ich hoffe mal, der hat jetzt kein Interesse mehr an mir. Scheint so. Schnell rüber, bevor das Ding runterfällt. Und da ist es weg. Bäh. Na, Klossköpfe. Ja, das sieht nett aus. Ist cool. Ist cool. Nur dürfte... Also ich mag ja diese Lavatextur. Aber weg das wo hier sehe mit den drehenden Steinen... Könnte nett sein jetzt hier. Geh raus aus der... Ah, Alter. Manchmal hängt er sich da einfach auf. Schnell runter von diesem Sandblock. Äh. Das ist ja eklig. Wenn sich das dreht. Steuern ist ein bisschen kacke. Äh. Jetzt musst du... Das ist... Das ist ja mega kacke. Boah, Junge. Kriegst du ja einen Drehwurm. Ui. Das war knapp. Kurze Sprünge. Man unterschätzt ein bisschen, wie lang man in der Luft ist, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber wir schaffen's. Wir schaffen's. Ich hätte's fast versaut. Das wäre peinlich gewesen. Oh, meno. Aber wir haben Kurs 6. Erfolgreich. Beendet. Juhu. Auf zu Kurs 7. Dürfte ja direkt gegenüber sein. Haben wir da unten gemacht, Alit. Mit dir haben wir gesprochen. Da ist wieder ein Toad. Sitzt ein Toad hier auf dem Sessel? Nö. Wusstest du, dass Gillux und Skellux nicht die gleiche Person sind? Ja, das glaub ich auch nicht. Guck dir einfach nur die Hex an, die die beiden gemacht haben. Die schauen doch ziemlich gleich aus. Die müssen die gleiche Person sein. Das ist doch total logisch. Was ist das? 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 Ähm... Ähm... Skillux hat Rainbow Road gemacht und... ...hab ich schon gespielt. Kann man sich ja angucken. Und Skellux hat, äh... Star Road gemacht und Multiplayer-Gedöns und die ganzen Editor-Kram für... für... die ganzen Mario-Hacks. 64... Mario 64-Hacks. Und... ja... Kann man da runterfallen? Denn dann... Machen wir mal hier einen Safe-State. Dann sind wir hier unten wieder. Hab ich das übersehen? Beim Hochgucken? Hab ich mich... Ich hab mich nicht richtig umgeguckt, oder was? Jetzt bin ich mal wieder selbst enttäuscht von mir. Ganz toll. Aber auch egal. Wir gehen jetzt in Kuss 7 rein. Sky High Kingdom in the Evening. Over the Path of the Rainbows. Kuss 7. Und gleich wirst du begrüßt von den Lakito. Ja, Münzen fallen runter. Ist ja schön. Wir gucken uns um. Was ist das da hinten? Erinnert mich... Äh... Äh... Erinnert mich an Kuchen. So Kirschkuchen-Gedöns. Oder Pflaumenkuchen. Das ist nicht einfach nur irgendeine Deko-Insel, sondern da geht's rauf. Mhm, mhm, mhm. Jo, jo, jo. Da hinten ist, glaub ich, irgendeine Statue. Und da ist der Regenbogenweg. Und ich sehe Checkpoint-Sterne oder einen zumindest. Dann wollen wir mal... Wo gehen wir jetzt zuerst lang? Ich gehe erstmal hier nach links. Wer nicht in die Feuer-Dings rein? Bäh. Ich gehe zuerst hier rein. Die großen Klotzköppel. Hallo? Wissen wir schon mal, wo wir hier ein paar Fünfermünzen herbekommen? Na, geht doch. Stirb. Giste? Leben. Wow. Juhu. Oh nein. The angry sun. Da guckt jemand aus dem Fenster. So, wir sind zu weit weg, weswegen das sich da nicht so richtig anzeigen lässt. Was ist das? Wer bist du? Wer guckt da aus dem Fenster? Äh, ich glaube nicht, dass wir hier die 100... Äh, nicht die 100, sondern die 80 Mützen zusammenbekommen. Das ist nochmal ein Lakito. Der kommt sogar schon an. Jetzt ist er tot. Da haben wir ein Schild. Willkommen zur Prüfung der wütenden Sonne. Siehst du die Kacheln vor dir? Die grünen sind fest, währenddessen die roten. Durch die wirst du durchfallen. Das gilt für das ganze Gewilde da drüben. Nur, dass alle anderen Kacheln über die Zeit ihre Farben verloren haben. Viel Glück. Alles klar. Was soll das sein? Wer soll das sein, der da aus dem Fenster guckt? Okay, auf die grünen können wir. Ist da irgendwie noch hier umherum irgendwas? Nö, es sind nur irgendwelche Fenster. So. So, im Prinzip alle zwei Felder. Außer jetzt ist jetzt hier so, dass zwei rote Felder, ein rotes Feld. Denn halt kommt jetzt ein grünes. Also immer zwei rote, ein rotes, zwei rote, ein rotes. Okay, sind immer zwei. Gut. Oh, man hat keine Schatten über den Stellen, wo man durchfallen kann. Äh, 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 bin ich jetzt hier richtig? Ich müsste da hinten hinspringen. Sehr schön. Nein, lass mich in Ruhe. Hier. Lass mich in Ruhe. Zwei nach vorn. Zwei nach vorn. Da könnte ich jetzt auch noch mal zwei nach vorn. Denn... Ich stehe hinten. Das wäre eine Sackgasse. Fuck! Bin zu weit gerutscht. Na gut. Sah halt soweit auch nicht so kompliziert aus. Ja, 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 ja. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Hör auf mich zu stressen. Muss hier über die Brücke. So. Sollte ich vielleicht die Kamera... Dann springe ich keine komischen Kurven. Ja, Lakito, lass das doch mal. Verpiss dich. Verpiss dich. Ins Gesicht getreten. Hat er nicht anders verdient. So. Dann wieder zwei nach vorn. Düt, düt, düt. Äh... So. Oder? Ja. Ja. Ja, es ist nicht allzu kompliziert. Wenn man nicht außerdem rüberrutscht. Über eine Plattform. Ist alles toll. Und da haben wir einen Stern. Juhu. Blocktie Puzzle of the Evening Sun. Nicht auf the Angry Sun. Ja, ja. Immer noch Regenbogen. Dann wollen wir mal jetzt an Höhe gewinnen. Gehen wir jetzt trotzdem erstmal nochmal hier lang. Ja, aber. Gehen wir hier hoch. Da hoch. Da wären Münzen. Können wir uns doch schon mal merken, wo Münzen sind. Shakya! Nee. Koopa. Hier haben wir eine Kanone. Öffnest du die jetzt bereits oder was? Hey du. Ja du. Ich. Du kennst die Nachrichten, die man bekommt, wenn man den 100 beziehungsweise 80 Münzenstern sammelt? Ja, die kommen von mir und ironischerweise ist mein Eis runter durch die Wolken gefallen. Also. Ja. Vergiss es, es jemals zu bekommen. Jedenfalls wollte ich dir eigentlich erzählen, dass bei Stern 5 und 6 hier eine Flugkappenbox erscheint. Ich währe ein Stück von den sieben Kuchen da drüben. Ich finde meinen Weg darüber. Wir sehen uns dann später, wenn ich da drüben bin. Also ist wirklich Kuchen. Aber ein Trademarkt-Kuchen. Und du bist leider nicht der Kanonen-Cat-Omp. Na gut, denn ist das jetzt... Was ist falsch mit euch? Bäh, bäh. Kann da... Kann ich... Dürfte. Locker. Schmule, 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 schmule. Da geht's hoch. Das ist eine Feuerkugel. Ey, nicht, nicht. Nein. Warum? Wieso? Bäh. Schack, ja. Ne, auch nur Bob-Omp. So, jetzt könnte man hier runter, aber da sind rote Blöcke. Heißt, ich bräuchte erstmal einen roten Knopf. Damit sich das lohnt, oder? Und dann geht's da wieder in eine andere Zone rein, wa? Würde ich doch mal so meinen. Denn haben wir da erstmal noch kein Business zu tun. Bäh. Ich hab euch gegeneinander ausgespielt. Das sieht doch aus, als könnte man hier Wandsprünge machen. Vielleicht... Vielleicht lieber hier. Weil wir hätten denn hier so Brücken. Schön, dass du dich da festhältst. Finde ich gut. Also, sieh mal da. Der Katzenbeutel. Die Katzentüte. Schnauze, scheiße. Ich ignorier dich einfach. Gut, ist... Da hätten wir... Noch einen Shakepoint-Stern. Schön. Wie komm ich jetzt da hin? Kiste. Mit einem Scheiter, natürlich. Ein bisschen Scheiterspaß. Ah, ich seh schon. Druckplatten. Und der Scheiter macht dann eine Brücke... Oder macht dann Brücken zu jeder Stelle. Würde ich doch mal jetzt so vermuten. Machen wir mal hier so. Wipp. Okay. Ich muss dann auch zurückschaffen. Haben wir geschafft. Da müssten wir es nicht unbedingt dann zurückschaffen. Weil man könnte dann von oben runterspringen. Oder zurückspringen. Hui, ist ein bisschen dünn. Und durch die Hecke sieht man das nicht direkt. Och nö, lass mich doch in Ruhe. Okay. An der Stelle ist das ein bisschen fies, finde ich. Mit den Sparky. Aber er verzieht sich. Der nur noch da hinten. Alles, alles tuti. Übersprung. Autsch. Ich hätte jetzt gern irgendwie... Leben zurück. Schön. Er explodiert. Du mal auch mal hier. Und dann holen wir uns. Die letzte Druckplatte. So. Und hier denn Dreiersprünge. Oh nö, 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 nö. Ja. Kommst du nochmal an? Kannst du mich nochmal treffen? Ja. Du bist mich erstmal ausgeschalten. Und jetzt verpiste dich? Oder willst du mich nochmal treffen? Dann kannst du dich verpissen. Sehr schön. Dann kann ich da in Ruhe rüberspringen. Überlebe das. Und wo ist jetzt der Stern? Da ist der Stern. Hallo Stern. Und so haben wir hier einen weiteren Stern. Juhu. The three sacred panels of the cat bag. Sacred? Nicht secret? Oder secret? Ja, wir müssen mal zum Regenbogen. Denn tuten wir das doch jetzt mal. Erstmal den Lakitu ins Gesicht getreten wieder. So, das war sehr flüssig nach oben gekommen. Verfolgt mich doch. Nein! Ich habe drauf gewartet. Und nun ist es passiert. Ein Chakya in der Box. Und er hat mich eiskalt... Au. Jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Er hat mich eiskalt erwischt. Blöder Penner. Aber wir werden uns an ihn rächen, weil ich die Münzen dann wahrscheinlich von ihm brauche. Wie könnte denn jetzt... Da hin. Regenbogen. Regenbogen. Gedöns. Ach man, warum gibt es denn so viele Bro-Dudes? So, ähm... Was sollte ich nochmal sagen? Oh, richtig. Wenn du da hochgehst, vermeide es runter auf die Berge zu fallen. Warum? Äh... Ich war so schlau, den Level mehrere Arjale zu verpassen, bevor ich bemerkt habe, dass, wenn man auf die Berge runterfällt, in unsichtbaren Wänden stecken bleiben kann. Also, sei vorsichtig, okay? Ich kann es nicht mehr ändern. Warum bin ich überhaupt in einem Himmel-Level wie diesen hier? Ich habe doch Hirnangst. Man kann, äh... Softlocken. Ganz toll. Also, das Spiel hängt sich dann fest und man kann nicht sterben, aber man kann auch nichts mehr machen und muss dann resetten. Das wäre jetzt sehr uncool, dann müsste ich nämlich alle Sterne und so nochmal neu holen. Ja, ja, ja. Und dann holst du mir hier noch diese Kackviecher da entgegen. Damit ich runterfalle. Und softlocken. Das wäre es ja. Jo. Dieser Regenbogen ist Schimmer. Ich finde ihn cool. Hallo, ich springe über dich rüber und dann ignoriere ich dich. Kannst da von mir aus weiter herum existieren. Das tandiert mich nicht. Und da ist schon denn der... Nächste Stern. Hallo. Hier wir gehen. Over the path of the rainbows. Ministars of the flowers. Das ist der... Nächste Stern. Das sind halt die Ministerne wieder. Checkpoint-Sterne. Juhu. Ne, na. Macht er wieder seinen beschissenden Hechtsprung, wenn er nicht machen soll. Lass sie doch mal. Vielleicht wäre es ganz schlau gewesen, wenn ich jetzt schon die Dings gemacht hätte. Die Münzen sammeln. Aber jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich schon zu weit fortgeschritten. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ja, da hinten ist auch nochmal. Der Dings kann da drin bleiben. Kann da drin verrotten. Bis ich ihn raushole, um ihn zu töten für seine Münzen. Bäh? Ah, man kann nicht drin springen. So richtig. In der Mitte der Blüte. So. Willst du denn? Da haben wir auch nochmal einen Checkpoint. Stern. So. Den haben wir da noch. Sonst wo noch? Da hinten. Ich mag diese Blüten nicht. Die sind mir suspekt. Wegen sowas. Weil er dann ab und zu so doof hochkommt. Bäh. Ja, danke für den Dreischung. Ah, bist du der Kanone. Bob-Omp. Cat-Omp. Mach mal auf hier. Ja, prepare mal. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß deinen Service zu schätzen. So. Denken wir nochmal eine Kiste. Du, 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 du. Hui. Bäh. Das nochmal ein wichtiges... Wollte gucken, ob da ein Shakya ist. Dann dachte ich mir, nee, lass mal lieber drin, falls da einer ist. Aber da war ein Glück. Kein Shakya drin. Hör mal Münzen. Danke. Autsch. So. Haben wir einen weiteren Stern? Läuft doch. Mini-Stars of the Flowers. Star sparkling down from the Tile Island. Wir werden jetzt Münzen sammeln. Dafür brauche ich alle deine Münzen. Dann gehen wir mal kurz zur Kanone. Waren auf der Brücke zur Kanone irgendwelche Münzen? Wir können uns doch jetzt... Ich gehe noch nicht zur Kanone. Ich laufe erstmal den anderen Weg und sammle da alle Münzen ein. Dann gehen wir zur Kanone und können wir uns dann da gleich... Äh, den Stern holen. Weil ich glaube, hier haben wir soweit alles... Wir haben noch nicht den Knopf für die rote Wand gefunden. Den roten Knopf. Ich glaube, das dürfte denn der sein. Der Stern. Also... Da oben. Hoffen wir, da gibt es dann auch Münzen. Oder wir kriegen jetzt hier auf der Hälfte schon alle Münzen. Ach ja. Du bist uninteressant. Eine Münze nehme ich trotzdem mit. Äh, da war auch nochmal eine Münzreihe. Nehmen wir auch mit. Gib her den... Den Schmon-Sins. Den Schmodder. Wipp. So. Dort. Den hatten wir oben auch noch Zeug. Hier wird alles mitgenommen. Schön, schön, schön. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Äh. Doch, zurückkommen durften wir. Wir können ja weit genug springen, ein Glück. Dürfte jetzt nicht das Problem sein. Äh. Ja, die Kiste gab es noch. Ansonsten hier, Kleinscheiß. Ha! Haben sich beide gegenseitig in die Luft gesprengt. Finde ich gut. So, ansonsten war eigentlich nichts mehr von Bedeutung. Bisschen Kleinscheiß. Komm, nehmen wir auch noch mit. Ja, dann springen wir wieder zurück. Juhu. 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 Danke, dass ich dich festgehalten hast. Sammel, sammel, sammel. Wir schaffen dich erst mal zur Seite. Und dann kicken wir unseren Schakke-Freund da mal raus. Uuh. Ich hab der ich. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. So, weil sonst noch was. Ich könnte jetzt da durch die, über die, die Blüten da springen. Aber ich glaub, das lohnt sich jetzt ja nicht mal so. Ich hoffe mal, da oben sind genug Münzen denn noch irgendwie. Komm, wir nehmen hier noch die Klotzköpfe mit. Klotzkopf tot. Klotzkopf tot. Klotzkopf tot. Mäh. Ich wollte den Dreier-Kill machen. Ne, gut. Das reicht. Gehen wir mal. Da ist hin. Bäh. Dün, 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 dün. Äh, hier kann ich einfach runterspringen. Genau. Bäh. Was ist das? Nein. Junge. Stress mich nicht. Ja, kannst du mir von mir aus sicher die Münze nochmal geben. Dankeschön. Der ist schon mal schön. Bäh. Wir können jetzt auch nochmal runter zu Angry Sun und die, die blauen Münzen von den großen Klotzköpfen holen, aber, bäh. Dann würde ich ja keinen anderen Sternen mehr bekommen. Dann müsste ich ja nochmal von vorne anfangen. Äh. Stimmt. Stimmt, da gab's noch den Kooper, den hätte ich schon mal sicher, den Dings. Wäre es kacke, wenn das alles ansonsten wäre, mit den Münzen gesammle. Au. Na. Du mieses Arschloch. Ist ja einfach runtergefallen. Scheiße. Ich setz jetzt kein Safe State. Oder setz ich einen? Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Juhu. Und da haben wir den Münzenstern. Ja, ich weiß. Ich hab collected. Ich hab genug collected. So, jetzt eigentlich nur nach oben, oder wat? Damals Schild. Mann, lass mich doch hier in Ruhe lesen. Störenfriede. Nun fragst du dich vielleicht, warum sind diese Boxen hier? Warum kann ich sie nicht zerstören? Um ehrlich zu sein, darunter fehlt die Wasserbox. Also joa, es gab keinen anderen Weg, das zu fixen. Aber hey, es hilft dir, aus dem Wasser zu kommen. Joa, wenn's sein muss, muss es sein. Aha, aha. Dann haben wir... Da, ne Box mit nem Lakito. Komm runter. Ah, sieh mal an. Okay, da muss ich mich beeilen. Lass mich mal in Ruhe. Und schon haben wir einen weiteren Stern. Da fehlt ja noch einer, oder? Sind wir aber fast fertig. Wunder, wunderbar. Ja, mach mal hinne. Der letzte Stern. Find Nebi and put it back in the bag. WC. Wat is Nebi? Wir können... Da hat doch was erzählt von wegen... Ab Stern 5 und 6 gibt's ne Flugkappe. Wir können zum Kuchen fliegen. Ist da der Knopf... ...für die rote Wand? Wat mach ich denn da? Wat mach ich denn da? Lass mich doch mal in Ruhe. Yo. Da haben wir... Und der Cat-Op ist weg. Na gut, der ist halt weg. Äh. Aber wir können ja... Wir können ja in Ruhe fliegen. Ja, da ist... Ein blauer Knopf. Dann ist da halt ein blauer Knopf. Ist mir egal, welche Farbe der hat. Hauptsache... Ihr knopft. Da bist du. Dieser sieben... Kuchen von Kuchens Kuchen ist viel besser als das Eis, was ich vorher hatte. Außerdem... Kennst du den Weg, der zur Katzenbeutelstatue führt? Irgendwo dort in der Nähe ist ein Geheimnis versteckt. Ja, schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wiste? Oh, das war schön. Können wir in Ruhe rüberfliegen. Kommen wir mal hin, hier. Moment. Ich kann im Prinzip doch gleich da hinfliegen, oder? Und ich kann sterben. Weil ich ein Depp bin. Scheiße. Fuck. Unnötig. Nein. Warum? Jüp. Jüp. Lass mich in Ruhe. Na gut, dann halt noch mal. Ah ja, Nakito, weg. Knopf gedrückt, töten. So, und diesmal mache ich das, mache ich das eleganter. Ja, von wegen. Ich mache jetzt genau den gleichen Fehler wie gleich. Eben schon, oder ich fliege direkt rein. Aha, Pokémon. Hallo, Klotzkopf. Soll ich also das Pokémon finden? Ist ja toll. Und nun? Ich muss den da reinschieben. Und damit haben wir auch das fertig. Find Nabi and put it back in the bag. WT. Dann fehlt uns noch eines. Der letzte Toad. Der drei Toads. Der Ring Toad. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß, wo er ist. Er ist bei Kurs 2. Der ist beim Rettungsring. Deswegen ist er der Ring Toad. So. So. Hey, Simple Flips. Hier ist wieder die Mutti. Mein 13 Jahre alter Sohn möchte 5 Dollar, damit er dich abonnieren kann. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Jedoch zeigt er eine kurze Google-Suche, dass Simple Flips Abonnenten mit einer Überzahl an Totgesichtern in Verbindung gebracht werden. Kannst du das erklären? Mit freundlichen Grüßen, eine besorgte Mutter. Damit haben wir auch den letzten Bonus-Stern. Find ich schön. Also von den Toads. Und dann geht's beim nächsten Mal durch die 30er Tür mit der Vapo-Wave-Mucke. Da freu ich mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier bei Star Revenge 5 near Blue Realm mit mir, den Lars. Bis dahin, Glück auf. Und tschüss.